Marseille gegen Bayern München. Ich habe jetzt gar nicht die Gruppen vorgelesen, oder? Nein. Nur bei Gruppe A, glaube ich, habe ich es vorgelesen. Genau. Aber ja, ich wiederhole einfach alle nochmal. Also in Gruppe A spielt Liverpool, Rapidlio, AC Milan, Barcelona, Ajax, Tottenham und Monaco. In Gruppe B, Southampton, Real Madrid, Porto, Roma, Manchester City, Atletico, Madrid, Napoli und Chelsea. In Gruppe C, Dortmund, Lazio, Slavia, Prag, Tirol, Paris, Sociedad, Girona und Al-Hilal. In Gruppe D, Marseille, Frankfurt, Fennjord, Rangers, Bayern München, Lokomotiv Moskau, Inter und Celtic. Sind eigentlich ziemlich ausgeglichene Gruppen, irgendwie nicht so eine Horrorgruppe diesmal, finde ich. Das ist die Partie der Beginn. Das ist die Partie der Beginn. Ja, da war der Neuzugang Cassias, neu hier bei Marseille. Einer sitzt auf der Bank. Schon wo ist der gekommen? Cassias. Denken wir den hast du schon springen gehabt. Dann machst du den Druck. Dann machst du den Druck. Ja. Hoppala. Maldini ist wieder da die gelbe Karte. Maldini ist schwarz. Irgendwie hat jeder erstellt das Spiel auf ein Foto. Es muss irgendein Fail sein. Ich sehe sie richtig. Am Spielfeld sind sie richtig. Aber die Fotos sind irgendwie... Ich sehe sie. Oh. Oops. Los. Ja. Ja. Boah! Das war noch mal ein schöner Absicht von Nasser. Absicht von Nasser. Absicht von Nasser. Absicht von Nasser. Ich weiß nicht, dass ich ihn schließen kann. nein sehr auffällig sehr 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 Vielen Dank. 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 So. Ja, Bayern hat keine neue Verpflichtungen, um einen Abgang zu verzeichnen. Das habe ich noch nicht erwähnt. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Ja, für den Neuling bei Marseille? Ja. Das ist schon der dritte? Ja. 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 Boah, was für ein Böchel. was für ein bäsch oder 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 Oh, ja, ja, ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Faszinierend. Ergebnis Kosmetik. Right off. Stock. 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 Ja, 3.1, da sie gewinnt den Auftakt. Jetzt nicht mit voller Glant. Gut, mehr sehen wir nicht. Bis zum nächsten Mal.